Da ich hier von Anja Spiering nominiert wurde zur Ice Bucket Challenge, nehme ich natürlich die Herausforderung an und nominiere meinerseits den Mario Ernst, den Oliver Klingst und um die Frauenquote aufrecht zu halten, die Katja Becker. Willst du helfen? Ja. Du Scheiße. Warte. Dann brauchst du schnell doch weiter. Ja, mach ich doch. Und jetzt? Gibt die mir den Eimer? Oh, Fee, ich kippe um und die lacht alle über mich. Ey, Chris, Chris, du hättest stoppt hier. Ja, da kippst du halt noch. Es ist kalt. Nein. Rell. Rell. Rell.